Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von RimWorld Zombieland Megacity. Ihr wollt mehr sehen und mit Zumwingsblastiger passen, dann abonniere mich noch meinen Kanal. Gut, wir machen mal eine Runde weiter. Okay, ich bin verblüffert. sehr gut okay mit dir machen wir erstmal hier das gut die reichweite nochmal neu installern wir können 3 4 5 so nein nicht es ist mit dir passt ja sammeln das zeug da ein oh sehr gut ein piratenhändler sehr sehr gut gut dann gleich mal hochpesen und den kontaktieren boah ich bin gespannt was was der cooles dabei hat richtig 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 cool so wow boah ja heftig verweigert brutal ist das ist nichts backbau konstruktion backbau ist jetzt nicht so unser ding hier ein ein marine erotisch sagt fertige schütze marine wer war es hier trautwein geistige arbeiter overlock wunderschön und wunderschön tiere brauche ich nicht tiere nur zum kämpfen eigentlich aber ich nehme wo ist er dich mich auch noch mit dazu war es jetzt ja euch 2 500 überall immer 500 cool dann ballern wir das sehr gut boom nice sehr sehr cool sehr sehr cool so so wir haben hier ich brauche Forschungswerkbank dringend ein einfacher laboratisch wo haue ich mir den rein hier hier hauen wir den rein kannst du das machen ja macht das trout wine machen wir jetzt die munition dafür ja im kurs 29 i don't know nee äh i i i w i i i i i i j Okay, machen wir hier einen Durchbruch rein. Gut, 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 gut. Wo ist der denn? Julian! Komm mal ran hier. Sehr gut, Forschung. Starten wir da endlich mal. Und zwar machen wir... Was machen wir denn als erstes, Mensch? Was machen wir als erstes? Ich glaube, wir machen hier die als erstes. Die Mechanik. Passt. Wo bist du denn? Von was flüchtest du? Ach, da ist ein Verwirrter. Okay. Da ist ein Verwirrter. Ein Verwirrter ist da. Komm mal mit. Pies mal hier hinten. Gut. Gut, 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 gut. So, das wird dein Hauptabtrag erstmal sein. Forschen. Nein, du sollst hier unten forschen, Mensch. Für was habe ich dir denn blöden Dinger denn hingestellt? Meine Güte, dauert das ewig bei dem. Wo, wo zum Teufel willst du hin, Mensch? Wieso? Was gibt es da tolles, was es da unten nicht gibt, hä? Mann, 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 Mann. Abbau'n, abbau'n. So, jetzt bin ich aber gespannt. Echt jetzt? Echt jetzt? Meine Güte. Ähm... Dämon tragen. So, dann machen wir das so. Installern hier rein. Dann bringen den gleich mal runter. Gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut. Das war's für heute. Ah. Sehr gut. Knappe Geschichte, aber passt da. So, machen wir extra hier. Ring, ring, ring. Jetzt hat das Ding jetzt schon reingedroppelt. Also, kommt gleich wieder weg. Forscht, sehr gut. Mach das. Topp dich aus. Oh, echt jetzt. Dann machen wir hier verbieten. Kräfte Alpaka im Nahkampf an. Na, bravo. Brauch ich so ein Stimmungs... Ach so. Overlock. Titans, 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 Tal. Overlock. Overlock. Schade. Dass man das nicht nach uns da kann. Das wär... Das wär... Das wär cool. Das wär richtig cool. So, das ganze Klump hier... Kommt jetzt fix weg. Das nervt. Das nervt. Alles. Alles, 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 alles. Was wir da ein bisschen vorankommen. Hier auch. Alles weg. Okay. Können die da Vollgas geben und tragen. Splash. Ach so. Ganz vergessen. Koch. Koch, 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 Koch. Was haben wir hier? Ein Vierer-Koch. Ein Vierer-Koch. Na. Ein Vierer. Dann kannst du nur normale machen. Passt. Für immer. Gut. Gut, 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 gut. Wir räumen den Rest auch noch auf. Wir räumen den Rest. Na klar, Schiff haben. Ach. Bist du immer noch am durchdrehen? Was ist das Schlimm mit dir? Also, machen wir's anders. So, wir haben noch mal Platz für was. Hauen wir's da oben rein. Installieren. Hier. Dann canceln wir das. Und es wird eine Lagerzone. Bam. Fallgeknallt. Die hier. Kopieren. Einfügen. Cool. Kann man's schon vorstellen. Dass der uns bald drauf gehen wird. Flammenwaffe holen wir uns noch. So. Und tonight. Die sich gut fühlen,よ? Okay. Punkt. 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 Gut. Punkt. Punkt. Aufheben, aufheben, Stoff drauf, alles aufheben, alles aufheben. Ja, passt schon. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Gut, 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 gut. So, Master George, willkommen zurück. Gut, weiter geht's. Ja, deconstructing. So, Lieferwand. Gut, dann machen wir das hier auch noch. Installern hier. Machen wir hier Dämon. Die Constaracta-Ring. Ist das Granit? Ja. Kai. Gut, George, geht's gut. Dann. Einige. Mal installieren. Lieferwand. Verdammt. Okay, egal. Pupp, pupp. Wer aus. Okay. Tue andere Dinge. Passt. Was ist denn los mit dir? Was machst du eigentlich? Was willst du machen? Spielt Schach. Wo? Vor allem, was stimmt nicht mit dir, Mensch? Ist ja schlimm. Option Mod 1. Zombie Land. Ist doch drin, oder? Reduzierter Geschützverbrauch. 100%. Ach, brauchen die doch, brauchen die doch das Ding. Echt Munition. Oh, verdammt. Verdammt, Mensch. Oh, die brauchen echt Munition. Oh, verdammt. Gut. Das war der letzte Streich. Oh, das passt soweit. Für hier mal. So. Das kriegen die hier langsam auch mal gebacken, dass das passt. Das ist sehr gut. Kriegen wir das mal hin. Forschung gibt nichts voran. Das ist schlecht. Vor allem, weil der forschen soll, Mann. Wieso willst du mir nicht forschen? Hä? Wieso nicht? Transport Plus mach mal aus. Aber jetzt musst du das. Forscht. Oh, wir haben doch da oben was. Mensch. Oh, was ist das? Verdammt, Mensch. Arbeiter demontieren. Meine Güte. Gut. Hoffentlich haben wir da mal bald alle Forschungsbänke. Denn deiner ist hier oben. Gut. Sehr gut. Wieder ein Stückchen weiter. Es läuft minimal. Es geht weiter. Stück für Stück. Inventar. Ja. Kannst du mal leer machen. Dann können die Batterien hier endlich mal ran. So. Aber gut. Das soll diese Folge nicht belasten. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Servus.